Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yggis Kosmos. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, möchte ich eine kleine Sache ankündigen. Und zwar hat mein Kanal jetzt endlich die 5-stellige Abonnentenzahl von 10.000 Abonnenten erreicht. Es hat ein paar Jährchen gedauert, hat auch damit zu tun gehabt, dass ich immer mal wieder vor ein paar Monaten nicht online war, beziehungsweise auch mich überhaupt nicht um meinen Kanal gekümmert habe. Und ja, jetzt haben wir die 10.000 erreicht. Das ist schon ein Riesenschritt. Ich bin da auch ein bisschen stolz darauf. Und um das Gebühren zu feiern, werde ich in den nächsten Tagen und Wochen einen Livestream ankündigen, beziehungsweise einen Livestream veranstalten. Mit wem, das weiß ich noch nicht, vielleicht auch alleine. Es wird ein Gewinnspiel geben, dazu auch in Zukunft noch ein bisschen mehr. Und es wird noch ein längeres Video geben. Eines muss ich euch aber sagen, ich kann keine dieser Sachen jetzt langfristig vorher planen, weil ich zurzeit in Elternzeit bin und mich halt auch Vollzeit um meine Tochter kümmern muss. Deshalb werde ich diese Sachen sehr spontan ankündigen, beziehungsweise sie einfach releasen. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit diesem Thema 5 Wege das Sonnensystem zu zerstören. Und was, glaubt ihr, werden wir heute machen? Wir haben Nummer 1, Universe Sandbox 2. Und Nummer 2, der Titel dieses Videos heißt, 5 Wege das Sonnensystem, beziehungsweise die Erde zu zerstören. Ihr habt es erraten? Genau, wir werden das Sonnensystem zerstören. Wer hätte das gedacht? Und ich habe verschiedene Sachen vorbereitet. Und wir werden damit anfangen, dass wir die Sonne ein bisschen massereicher machen. Also, Sonnensystem ist wie immer sehr schön. Es funktioniert wie ein kosmisches Uhrwerk. Es ist wirklich perfekt für uns eingerichtet. Und genau diese Perfektion wollen wir jetzt ein wenig durcheinander bringen. Wir haben jetzt hier die Sonne und... Und ihr dürft dreimal erraten, was wir gleich machen werden. Genau, wir werden die Masse der Sonne erhöhen und einfach mal beobachten, was mit den inneren Planeten passiert. Ja, wir haben jetzt hier schon 1,1 Sonnenmassen, 1,2 Sonnenmassen. Es wird immer schwerer. Die Sonne wird immer größer, selbstverständlich. Und ihre Leuchtkraft nimmt auch sehr stark zu. Die Bahnen der Planeten, die ändern sich schon ein bisschen. Wir haben jetzt hier die 1,28-fache Sonnenmasse und die Erde ist schon ziemlich heiß geworden. Also, das wäre schon eine ziemliche Katastrophe. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Und wir sehen, dass jetzt hier schon der Merkur langsam, aber sicher auf die Sonne zustrebt. Seine Umlaufzeit würde mich jetzt mal interessieren. Wir können ja mal ganz kurz bei vier Sonnenmassen stoppen. Ja, schauen wir uns mal den Merkur an. Wie nah er jetzt der Sonne ist. Ah, Moment, wir machen das ein bisschen langsamer. Wird einem ja schwindelig. Tja, 1.100 Grad, 1.400 Grad. 1.100 Grad ist der Merkur heiß. Und das bei der vierfachen Sonnenmasse. An der Erde geht es wahrscheinlich nicht sehr viel besser. Nee, da ist mittlerweile auch nahezu alles Wasser entfernt. Und das Sonnensystem leidet hier jetzt gerade, beziehungsweise die Planeten der Sonne geht es gut. Die wird nur ein bisschen schwerer gemacht. Die hat an Weihnachten zu viel gefuttert, glaube ich. Wir sind jetzt hier schon bei sieben Sonnenmassen. Das wird immer größer, immer größer. Ja, wir lassen die Zeit ein bisschen wieder beschleunigen. Wir sehen, dass hier die Orbits der Planeten total durcheinander geraten sind. Jupiter pflügt hier auch durch das innere Sonnensystem. Falls man hier noch von einem inneren Sonnensystem überhaupt sprechen kann. Und die Erde ist nicht mehr da. Oder sehe ich das falsch? Earth. Aha. Hier ist die Erde. Die ist schon ziemlich nah an der Sonne. Interessant, dass Merkur jetzt hier immer noch existiert. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Okay. Ah, und wir wollen das hier auf die Sonne fokussieren, damit es nicht zu wild wird. Ja gut, logischerweise werden die Planeten jetzt in die Sonne gezogen. Je weiter wir die Masse haben, wir sind jetzt hier gerade bei 17, 18 Sonnenmassen, 19, 20. Ja, also wir sehen, wie alle Planeten eigentlich mittlerweile so gut wie tot sind. Dem Jupiter geht es eigentlich noch ganz gut. Aber wenn er jetzt in die Nähe der Sonne kommt, wird er selbstverständlich extrem heiß. Und er wird seiner Temperatur auf bis zu 562 Grad Celsius hochgeschraubt. Ja, das wäre wirklich nicht gesund. Na gut. Ich glaube, dass die inneren Planeten so ziemlich alle weg sind. Wir können ja mal gucken. Earth. Ah, da geht es doch eigentlich ganz gut. Wenn ich sage, der Erde geht es gut, dann meine ich, sie existiert noch. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass dort Leben existieren kann. Wir sehen jetzt hier gerade zum Beispiel bei dem Asteroiden Juno, der ist so gut wie tot. Der Saturn, ja, er leidet ein ähnliches Schicksal wie der Jupiter. Das ist insgesamt ziemlich chaotisch. So, jetzt haben wir hier das Sonnensystem zerstört, indem wir die Masse der Sonne erhöht haben. So, wir sind jetzt hier bei Nummer 2 angelangt und auch hier haben wir wieder einen sogenannten Klassiker auf meinem Kanal. Wir werden das Sonnensystem mit einem Riesenstern zerstören. Und wir haben hier selbstverständlich eine sehr große Auswahl an Riesensternen. Können wir mal hier in der Kategorie der Sterne schauen. Also Beetlejuice bzw. Betaioice. Das haben wir schon ziemlich oft gemacht. Wir haben hier UY Scuti, VY Canis Maiores. Ich bin jetzt hier auch nicht wirklich entscheidungsfreudig. Wir nehmen einfach mal UY Scuti und werden ihn, ja, so halb am Sonnensystem vorbeischleudern. Oh, irgendwie ist er hinter dem Sonnensystem angelangt. Das war eigentlich jetzt nicht die Absicht. Wir wollten ihn ursprünglich von oben auf das Sonnensystem schleudern. Moment. So, okay, schon besser. Sieht auch schon besser aus. Wir werden den zweiten löschen. Und jetzt haben wir hier, ja, UY Scuti. Der ist ein bisschen weiter entfernt jetzt als Pluto. Aber er ist auf jeden Fall in der Nähe der äußeren Planeten. Das ist schon mal gut. Ja, den inneren Planeten, denen geht es noch gut. Beziehungsweise, was heißt hier noch gut? Sie sind noch nicht vernichtet. Aber zumindestens die Erde, ja, ist auch schon wieder so heiß, dass dort kein Leben möglich ist. Und jetzt haben wir hier im Hintergrund diesen Riesenstern. Der bedrohlich darauf lauert, uns alle auszulöschen. Interessant ist, dass jetzt hier die äußeren Planeten schon langsam anfangen, in Richtung des Riesensterns zu driften. Und damit das ein bisschen schneller geht, werden wir hier auch mal die Zeit beschleunigen. Und UY Scuti rast jetzt mit einer Riesengeschwindigkeit hier auf das Sonnensystem zu. Hat schon die ersten Planeten ausgelöscht. Und auch Saturn ist mittlerweile seines Gases beraubt. Und nur noch ein 3000 Kilometer durchmessender Glutball. Ja, das ist mittlerweile nur noch ein Gesteinsplanet. Wir können uns ja mal anschauen, wie das jetzt aussieht, wenn, ja, Saturn von diesem Riesenstern verschluckt wird. Es ist schon interessant zu sehen, was für Effekte das hat. Eine Seite ist hier wirklich glutrot und die andere Seite ist noch relativ kühl, in Anführungszeichen. Wenn wir jetzt wirklich diesen Ausblick von der Erde aus hätten, wenn wir sozusagen diesen Riesenstern vor uns raus hätten, wir würden ja tatsächlich am Horizont nichts mehr anderes sehen. Denn der ist so groß, wir haben jetzt hier noch ein bisschen die Zeit entschleunigt. Und wir werden das Ende von Saturn hautnah miterleben. Ja, okay, das dauert dann doch ein bisschen zu lange. Moment, jetzt haben wir wieder beschleunigt. Und zack, Saturn ist weg. Jetzt haben wir hier noch alle anderen Planeten. Vesta wird gerade vernascht. Die Erde, noch ist die Erde in der Gravitation der Sonne gefangen. Ja, also das dauert wirklich nicht mehr lange. Dann sind jetzt auch hier die äußeren Planeten Jupiter, Pallas, Hygieia, Juno und so weiter. Alle diese Planeten werden jetzt verschluckt. Aber vorher wird die Sonne mit UY-Scuti kollidieren. Und wie so oft wird das Ganze in einer Supernova enden. Was aber auch nicht sehr realistisch ist, weil verschmelzende Sterne nicht unbedingt in einer Supernova explodieren. So, Merkur besteht noch. Aber, ja, dem geht es mittlerweile wirklich nicht mehr sehr gut. Ja, komm, wir bringen dieses Elend hier zu Ende. Und zack, zack. Ah, ja, da war sie, die Supernova, dachte ich mir schon. Ich habe darauf gewartet. Tja, und jetzt haben wir hier diese Supernova, die schön explodiert ist. Und alle Planeten sind ausgelöscht. Ja, nur noch ein paar Asteroiden sind übrig geblieben. Aber selbst die werden entweder gebrutzelt oder von dem UY-Scuti-Nova-Überrest hier verschluckt. Ja, das war jetzt hier der Klassiker Nummer 2. Ein Riesenstern versus Sonnensystem. Nummer 3. Wir werden ein schwarzes Loch in die Mitte des Sonnensystems setzen. Damit wir mal nicht zu fies sind, wird dieses schwarze Loch jetzt nicht unbedingt Sagittarius A-Stern sein. Aber wir werden auch kein massearmes schwarzes Loch in die Mitte des Sonnensystems setzen. Ein schwarzes Loch mit 10.000 Sonnenmassen hat einen Radius von 29.541 Kilometern. Das wird mir jetzt hier zumindest angezeigt. Das ist ein Durchmesser von, lasst es uns jetzt mal ganz grob hochrechnen, von 60.000 Kilometern. Dieses schwarze Loch wäre also in etwa 5 Mal so groß wie die Erde. Es ist zwar 5 Mal so groß wie die Erde, aber 10.000 Mal so schwer wie die Sonne. Damit wir überhaupt ein bisschen Spaß an dieser Simulation haben, lasst uns mal hier die Zeitfrequenz ein bisschen herabsetzen. Beziehungsweise lasst uns das mal so vom Ganzen beobachten, wenn wir das schwarze Loch hier haben, was mit den Bannen der Planeten passiert. So, jetzt erhöhen wir die Zeitfrequenz. Zack, zack. Und die Planeten werden einer nach dem anderen... Ah, okay. Die Erde hat es irgendwie überlebt. Sie wurde auf 1,19-fache Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Das ist natürlich unmöglich, aber das ist total interessant. Die Erde hat es irgendwie gerade noch geschafft. Schaut euch das mal hier an. Also 1,19-fache Lichtgeschwindigkeit. Durch Glück ist sie dem Schwarzen noch entronnen. Aber der Rest, tja, dem Rest geht es tatsächlich nicht so gut. Alle anderen Planeten sind hier irgendwie fast zerstört. Also Jupiter befindet sich jetzt auf dem Weg zum Schwarzen Loch. Aber diese Simulation überlastet meinen Computer. Zumindest können wir sehen, selbstverständlich befinden sich alle Planeten auf dem Weg ins Schwarze Loch. Und wenn ein Planet Glück hat, so wie die Erde, wird er vom Schwarzen Loch beschleunigt und ins Weltall hinaus geschleudert. Was hier nach Masse und Größe des Schwarzen Loches, vor allem nach der Masse, unterschiedlich ausfällt. Aber trotzdem haben wir jetzt hier diesen Effekt gehabt. Die Erde fliegt weg. Ja, und der Rest, der hat Pech. Wir sind jetzt schon bei Nummer 4 angelangt und wir werden den Jupiter zu einem kleinen Stern ummodeln. Dazu geben wir ihm, ja, sagen wir mal so ungefähr die 600-fache Jupiter-Masse, damit er zu einem Stern transformiert wird. Und siehe da, Jupiter ist jetzt ein Stern. Der hat jetzt ungefähr so die 0,57-fache Sonnenmasse und dürfte selbstverständlich hier jetzt einiges durcheinander bringen. So, lasst uns das mal beobachten. Wenn wir das ein bisschen beschleunigen. Deswegen, was macht Jupiter? Also er bringt jetzt hier schon den Asteroidengürtel gehörig durcheinander. Und auch die Bahn der Sonne, also dadurch, dass er jetzt halb so schwer wie die Sonne ist ungefähr, bringt er selbstverständlich auch das durcheinander. Und die Erde, die wird jetzt in ihrem Orbit ziemlich chaotisch, dass der Orbit der Erde sehr elliptisch geworden ist. Und jetzt hat hier Jupiter ein paar Planeten eingefangen, ganz interessanterweise. Der hat Ceres und Vesta eingefangen und Hygiea, Zwergplaneten. Der Sonne, da geht es eigentlich noch ganz gut. Die Erde aber, ja, da wäre schwierig zu sagen, ob da überhaupt noch Leben möglich ist. Die Erde ist ja jetzt auch näher zur Sonne gelangt. Also wir sehen, dass die Durchschnittstemperatur der Erde ziemlich stark angestiegen ist. Und dass das jetzt hier variiert und je nachdem, wenn das jetzt zum Beispiel hin und her wechseln würde, also so 31 Grad Maximaltemperatur und vielleicht 26 Grad Minimaltemperatur, dann könnte man sogar auf diesem Planet noch leben, sofern sich die Lebewesen anpassen können. Aber da der Orbit hier nicht sehr stabil zu sein scheint, wird die Erde dauerhaft unbewohnbar sein. Ja, also wir sehen, dass hier die Erde zwar immer noch die Sonne umkreist, aber mittlerweile sind wir bei 36 Grad, 37 Grad Durchschnittstemperatur angelangt, was selbstverständlich für uns bedeuten würde, dass höheres Leben vermutlich auf diesem Planeten nicht mehr existieren könnte. Das war Nummer 4. Und Nummer 5, wir werden das jetzt mal folgendermaßen machen. Wir platzieren mal einen sehr massiven Stern in weiter Entfernung und werden ihn einfach in die Luft jagen. Wir nehmen Beta-Igolze, ja, sagen wir mal so circa 200 AU Entfernung. 200 AU Entfernung entspricht etwa 30 Milliarden Kilometer. Und wir haben hier ja bei Universe Sandbox 2 diese tolle Funktion, dass wir Himmelskörper explodieren lassen können. So, wir werden hier die Zeitfrequenz auch stark herunterschrauben. Und so, wir haben jetzt hier Beetlejuice explodieren lassen. Und wir gucken mal, das ist schon interessant, wie der jetzt hier auseinander geht. Also alleine die Informationen der Explosion, das Licht der Explosion würde selbstverständlich nicht sofort zur Erde gelangen, sondern erst nach ein paar Stunden. Die Erde, wo ist denn die Erde? Da ist die Erde. Die ist jetzt hier schon bei 26,1 Grad. Ja, und von der Erde aus würde das interessant aussehen. Wir können das ja mal ein bisschen beschleunigen. Wir vergehen jetzt mehrere Stunden pro Sekunde. Und ja, wir würden sehen, wie die Erde hier total aufgeheizt wird. Wir sind hier schon bei 500, 600, 700 Grad. Also die Erde wäre so gut wie ausgelöscht. Und vermutlich hätten wir auch den Effekt, dass die Erde unbewohnbar wird. Also selbstverständlich unbewohnbar wird, aber eventuell sogar pulverisiert wird. Also total vernichtet wird. Je nachdem, wie heiß es noch wird. Gucken wir mal. Ja, also wir sind hier schon bei 2000 Grad angelangt. Jetzt kommt die Explosionsfront direkt auf uns zu. Und die Erde, ja, die ist jetzt mindestens so heiß wie zu ihrer Entstehungszeit. Das heißt, eigentlich würde die Erde hier nochmal komplett resettet werden, sozusagen. Ja, das gleiche Bild haben wir zum Beispiel auch bei der Venus. Die ist mittlerweile so heiß geworden, dass man gar nicht mehr von einem Planeten sprechen kann. Wie würde es den Planeten ergehen, die weiter außen sind? Ja, ähnlich wahrscheinlich. Wir haben jetzt hier gerade Jupiter. Ja, der so eine Art epileptischen Anfall hat. Aber auch sehr heiß ist. Also der Jupiter, der ist jetzt hier 1200 Grad heiß. Aber interessanterweise ist seine andere Seite relativ kühl. Und nur eine Seite glüht. Tja, das wäre aber ziemlich schlimm für das Sonnensystem. Aber unsere Sonne, der würde es gut gehen. Die würde sowas überleben, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Stern in 30 Milliarden Kilometern Entfernung explodieren würde. Die Sonne würde das kaum jucken. Die würde einfach weiter bestehen. Ja, wir können das Ganze jetzt nochmal stärker beschleunigen. Die Planeten kühlen sich sogar wieder ab. Der Neptun hier hat zum Beispiel seine komplette Atmosphäre verloren und ist jetzt zu einem Gesteinsplaneten mutiert. hat etwa die Größe der Erde. Mich würde interessieren, was mit dem Jupiter passiert ist. Oder dem Saturn. Ja, auch der Saturn ist jetzt ein erdähnlicher Planet. Wobei er mit einem Durchmesser von circa 3160 Kilometern jetzt hier nicht mehr viel zu melden hat. Wie sieht es im inneren Sonnensystem aus? Mars? Ja, der Mars ist nahezu unfährend. Er dürfte aber seine komplette Atmosphäre verloren haben. Die Erde. Oh, interessant. Also, die Erde hat irgendwie scheinbar jetzt in der Simulation überlebt. Ja, ihr Orbit ist ein bisschen instabil geworden. Aber insgesamt hat die Erde überlebt. Das ist faszinierend. Selbstverständlich würde sie das jetzt hier nicht überleben. Aber in der Simulation geht es der Erde eigentlich ganz gut. Jupiter, auch interessant, hat etwa jetzt hier die Größe der Erde. Aber ist eine Art Gesteinsplanet geworden. Auch Jupiter hat es nicht überlebt. Dieser Jupiter hat sogar jetzt noch eine geringere Masse als die Erde wahrscheinlich. Schauen wir uns das mal an. Ja, 0,399 Erdmassen. Sozusagen der Kern des Planeten, der jetzt übrig ist. Ja, interessant wäre, was jetzt passieren würde, wenn wir diesen Kern ein bisschen näher an die Sonne setzen. Ob das noch habitabel wird? Aber ich glaube nicht, da wir immerhin den Effekt haben, dass ja sozusagen jegliche Materie um diesen Planeten weggeschleudert wurde durch die Supernova. Können die Nähme ungefähr in der Bahn der Erde platzieren? Ja gut, es wäre schon deutlich wärmer auf dem Jupiter, aber insgesamt gesehen würde sich auf diesem Planeten gar nicht mehr so viel tun. Das waren fünf Wege, die Erde bzw. das Sonnensystem zu zerstören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch weitere Wege einfallen, das Sonnensystem zu zerstören oder wenn euch weitere Experimente mit Universe Sandbox 2 einfallen, dann könnt ihr das in den Kommentaren posten. Ich finde sowas ja immer sehr interessant und wir könnten uns das dann zusammen anschauen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, lebt lange und in Frieden. Tschüss!